hallo ihr lieben heute zum zweiten teil des hauls ich habe jetzt doch entschieden ich mache drei teile draus weil ich mir überlegt habe ich mache für die kleidung ein bisschen anderen aufbaut dass ihr die sachen besser seht und ich sie zwar nicht anziehe aber ihr seht wie sie hängen und weil das einfach viel aufwand ist werde ich jetzt die klamotten mit euch machen und meinen ganz großen adventskalender die werde ich ja noch kurz zeigen und alles was ich am schreibtisch zeigen kann das wird noch mal einem separaten video gezeigt werden genau wer meinen letzten schien bastelhall also teil 1 gesehen hat weiß ich habe überwiegend dunkle klamotten bestellt und das erste was ich mir bestellt habe ist ein ganz toller leichter pulli mit oben ein bisschen spitze dran ich mag den sehr der ist sehr bequem der gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen außer dass hier die spitze ja die zippel sind halt nicht festgenäht die hängen halt aber wenn man es trägt legen die sich gut also es fällt nicht auf für mich kein marke also dieser pulli ein erstes tolles stück das zweite tolle stück hatte ich gehofft kriege ich als kostenlosen produkttest leider wurde ich nicht ausgewählt deswegen habe ich es mir separat gekauft weil ich fand das so toll und zwar ist das dieses kleid das kleid erst mal ist eine wunderschöne farbe weinrot steht mir persönlich sehr gut es war nicht teuer ich glaube um die 20 euro aber es macht einen sehr festlichen eindruck und wird für mich auch ein kleid für besondere anlässe sein der rock ist im prinzip zweisch schichtig man hat hier diesen tüll mit den tupfen drauf und man hat noch einen unterrock also da kann definitiv keiner drunter schauen man hat dazu den gürtel in dem gleichen material wie den oberrock und das ganze sitzt auch für mich auf einer günstigen höhe also nicht direkt auf bauchnabel höhe sondern ein bisschen weiter oben auf taille ist für mich immer sehr wichtig weil ich habe viel bauch wenn ich das auf bauchnabel höhe binde betont das den bauch vor allem wenn dann vorne noch so eine dicke schleife drauf ist was für mich am besten war an dem kleid ist eigentlich das oberteil und das oberteil sieht nicht nach viel aus aber das ist mega stretchy deswegen wird das kleid auch eine ganze weile mitwachsen und in vielen größen passen das ist für mich wichtig mein gewicht macht sowieso ständig hinauf und hinab und hinauf und hinab weil ich habe eine insulinresistenz da ist das ganze mit dem gewicht nicht so einfach es kommen immer mal events wo ich mehr esse als ich sollte aber insgesamt bin ich am abnehmen das heißt das gewicht geht auch runter ich möchte trotzdem wenn ich kleidung kaufe dass die auch wenn ich jetzt mal eine schwankung nach oben von 56 kilo das merkt man durchaus an der kleidung habe dass die kleidung das trotzdem mitmacht gerade bei einem kleid was ich halt nicht jeden tag anziehe möchte ich dann wenn ich es braucht dass es passt das kleid hatte ich auch schon an auf der vernissage von unserer foto gruppe und ja war ein toller abend passt gut es ist auch schon mal gewaschen ich muss sagen dafür dass es gewaschen ist und nicht gebügelt wurde sieht man auch nicht so viele knitterfalten über den rock würde ich vielleicht mit einem dampfreiniger oder so noch mal drüber gehen oder wenn ihr keinen dampfreiniger habt geheimtipp von meiner mutti wenn ihr duschen geht hängt solche kleider mit ins badezimmer hängt sie wirklich auf dem bügel der wasserdampf im raum sorgt dafür dass sich einige falten von alleine leben kommen wir zum nächsten guten stück diesem schwarzen oberteil was mir sehr 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 gefällt ich mag diese ärmel mit den details und dem pünktchen und ähnlich wie bei dem kleid ist dieser mittelstoff sehr 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 elastisch das heißt als ich das ausgepackt habe dachte ich oh gott drei nummern zu klein bestellt das passt nie im leben über meinen bauch das ist viel zu kurz ist viel zu eng das passt nicht ich habe es angezogen und was soll ich sagen es saß perfekt sowohl oben als auch unten es hatte die perfekte länge es hatte perfekten sei es sei jetzt auch nicht gequetscht aus sondern dieser stoff verzeiht einfach total viel und somit wird das einer meiner neuen lieblings oberteile für etwas speziellere anlässe und ich kann nur empfehlen sucht bei schienen nach diesem oberteil kauft es euch ich bin sehr begeistert kommen wir zu einem ähnlichen oberteil das ist auch ein bisschen elastisch aber nicht ganz so aber das ist ein sehr bequemer stoff wieder mit spitze an den ärmeln halt eher die sommerliche variante gefällt mir auch sehr gut aber ich weiß nicht ob zum video lesbar ist das ist eine 3xl das andere war eine xl weil mir das gerade so auffällt noch mal der hinweis schaut euch bei schienen immer die größen tabelle an die größen schwanken wenn ihr sagt bei einem teil passt 2xl heißt das nicht dass beim nächsten auch die 2xl ist sondern messt euch aus vergleicht und wenn ihr euch wirklich gemessen habt und die größen vergleicht verglichen habt dann passt es auch und so ist es auch bei mir ich habe keines der teile die ich bestellt habe zurückschicken müssen weil sie nicht passen ich musste von xl bis 4xl alles bestellen aber die größen tabellen stimmen wirklich genau zu dem oberteil ich mag es wieder sehr der ausschnitt sieht tiefer aus als er tatsächlich ist also der geht nicht so tief runter das hängt jetzt nicht so die spitze hier hat nette blümchen details und diese knöpfe und hier sind einfach ein paar kleine details die es aufwerten obwohl es an sich ein ganz schlichtes t shirt eigentlich ist so jetzt komme ich zu einem shirt das ist schwer zu hängen weil das ist eigentlich asymmetrisch geschnitten also auf der seite der ärmel geht über die schulter mit arm und die andere seite ist unterm arm geschnitten und genauso asymmetrisch ist es im prinzip auf der seite an der seite ist es lang und auf der anderen seite ist es nicht eingeschnitten und kurz bei diesem t shirt das ist etwas für leute die es ein bisschen gewagter mögen weil dieser einschnitt hier geht sehr hoch egal wie high waist eure hose ist mal wird da drunter haut oder wenn ihr was drunter zieht das was ihr drunter habt sehen ich habe es trotzdem behalten weil ich dachte es ist vielleicht was für das schwimmbad oder so einfach zum überziehen oder mal layered ist mit einem top das kann mit dem schulterfreien richtig gut aussehen aber seid euch bewusst wenn ihr euch dieses asymmetrisch geschnittene oberteil bestellt dieser schlitz geht sehr weit hoch ähnlich ist es bei diesem oberteil das sieht jetzt so wie es hängt nach nicht viel aus es ist im prinzip ein oberteil das ist erstmal oben gehalten von spaghettiträgern dann ist es schulterfrei und dann hat es aber noch arme dran und auch hier ist es so an der seite ist es relativ kurz also das ist jetzt die seite und vorne hängt es aber angenehm weit drüber und das ist wie bei dem anderen oberteil wenn ihr es an habt man wird an der seite reingucken können die brustpartie ist kein problem aber so taillehöhe bauchhöhe man wird an der seite reingucken können wenn ihr das nicht wollt ist dieses top nichts für euch oder ihr müsst was drunter ziehen ist aber mit den spaghettiträgern oben ich habe gesagt ich behalte trotzdem erstmal weil es ist auch ein top du siehst nicht an wenn es so groß wird es sitzt sehr locker es wächst viel mit und ich möchte ein bisschen mehr abwechslung in meinem kleiderschrank ich möchte nicht mehr nur die einfachen t-shirts und so weiter deswegen habe ich gesagt ich behalte es erstmal ich weiß noch nicht wie ich stylen werde wie ich es tragen werde wie oft es zum einsatz kommt aber ich werde es behalten und wenn ich was im kleiderschrank habe dann ziehe ich es auch an so jetzt sind wir auch schon beim vorletzten teil und beim letzten schwarzen oberteil heißt nein es ist nicht das vorletzte teil der ablenzkalender kommt ja noch dieses oberteil geht jetzt weniger in die richtung basics die man im schrank haben muss aber ich bin katzen fan und ich liebe diese cat kaktusse keine ahnung wie man das sprechen soll und ich kenne eine youtuberin die aus dem englischsprachigen raum kommt die sehr viel diese idee genäht gezeichnet und so weiter hat und das erinnert mich dran und ich fand die einfach süß gemacht das t-shirt hat auch eine tolle qualität es ist sehr weich und das ist so ein jeden tag schön das kann man immer anziehen damit ist man eigentlich nie falsch gekleidet und dann habe ich hier noch eins das geht so ein bisschen in eine ganz andere richtung das ist weiß das material ist genauso schön weich und fühlt sich genauso schön an wie das von dem mit den katzen kaktien hier hat mich einfach das muster begeistert weil es ist detailreich verspielt und trotzdem symmetrisch und geradlinig es ist aber nicht komplett symmetrisch weil man hier immer mal solche verwaschenen akzente mit drin hat es hat auch ein bisschen was verträumtes weil es richtung traumfänger geht und es ist mal kein schwarz das t-shirt hatte ich lange überlegt solltest du bestellen solltest du nicht bestellen weiß es wieder doof wenn es kleckers gehen die flecken vielleicht nicht wieder raus aber am ende hat mich das muster einfach so überzeugt dass ich gesagt habe komm scheiß drauf du holst es dir jetzt mit weil die sachen kosten ja nicht viel und im zweifel hätte ich zurückgeschickt aber ich bin jetzt so begeistert von dem t-shirt dass das sogar potenzial hat auch eines meiner neuen lieblings t-shirts zu werden von hinten ist es übrigens ganz schlicht weiß also der aufdruck ist auch nur vorne drauf sonst wäre es mir glaube ich auch zu viel weiß ich nicht ich sehe mich selten von hinten aber ja auch so ein schönes t-shirt was man eigentlich jeden tag tragen kann ob zum einkaufen zu einer gartenfeier oder was auch immer und eins mit einem bisschen individuelleren design so ihr lieben dann sind wir auch schon beim letzten teil da möchte ich euch nur kurz was zu sagen ich habe dieses jahr drei adventskalender ich hatte aber auch nicht damit gerechnet dass dieser adventskalender die größe hat die er hat ich habe dieses jahr einen adventskalender von vernasche die welt den zeige ich euch sobald er ankommt ich habe heute dieses jahr diesen adventskalender von brand news und ich habe einen adventskalender von aliexpress den zeige ich euch im dritten teil den adventskalenderinhalt werde ich euch dann im advent zeigen weil auch ich möchte meinen adventskalender im advent auspacken ich bin kein adventskalender unboxing channel ich packe zwar gerne aus aber ich mache das die drei die ich für mich bestelle packe ich dann auch erst im advent aus wollte ich nur zeigen den gibt es dieses jahr zu sehen da sind lebensmittel drin ich glaube sogar original größen beim vernasche die welt sind auch lebensmittel drin ich habe dieses jahr keinen bastelkalender weil ich einfach zu viel habe und nicht wüsste was ich da angeben soll bei kreativ und zum beispiel was mir noch fehlt oder in welche richtung ich gerne haben will da will ich erstmal verbrauchen da habt ihr auch schon an den holz gesehen ich bestelle bestimmte sachen nicht mehr also oder weniger ein bisschen verfalle ich dann doch immer dem shopping genau nur dass ihr wisst was dann kommt also den adventskalender habe ich gekauft der sieht auch sehr gut aus macht erstmal einen eindruck der okay ist wie gesagt er ist höher als erwartet größer als erwartet der geht ja bis zur türklinge damit ihr eine vorstellung habt also der ist durchaus hüft hoch und ja die anderen beiden zeige ich euch dann wenn sie da sind gut dann war es das jetzt eigentlich mit teil zwei von meinem großen letzten haul und wirklich letzten haul für dieses jahr ich wünsche euch allen einen schönen tag einen schönen nachmittag einen schönen abend je nachdem wann ihr das video schaut und wir hören uns wieder beim nächsten mal bis dann 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 dann